... und jeden Tag mit der Leder-Ausse in den Türzeiten sitzen oder um uns acht, was ihr pro Stunde in die Fresse kippt, oder das willst du werden. Und unsere Politiker sind sowieso laute Idioten, Seehofer, Söder... Nicht vorher gekommen, denn? Ja, manchmal liegt die Lesung einfach vor der Nase, sozusagen die Schichtschacht. Entschuldigung, ich darf dann auch mal... Sieht ihr sowas nicht? Selten klar. Sind... Wenn Sie mit der Zeit aufstehen, können Sie es auch gerne bis zu 30 Tage lang. Ja, dann hat er aber sehr gut. Ja, ja, ja. Das war's. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten, die kommen in die O2 Arena in London zur Finals Night. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag. Ich arbeite hier mit den Nachrichten an und jeden Tag.